Ich suche nach einem Job. Mein Plan ist, einen Bereich zu finden, in den ich hineinwachsen kann. Hey, zurücktreten. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Wird das im Fernsehen gezeigt? In den Morgennachrichten. Je blutiger, desto besser. Stellen Sie zufällig gerade Leute ein? Ich baue eine Nachrichtenagentur. Hey, weg da! Wir filmen Material für Eilmeldungen. Vielleicht hast du heute meinen Bericht über das tödliche Carjacking gesehen. Nein, ich meine, ich habe keinen Fernseher. Hast du ein Handy? Ja. Hat das GPS? Ja. Glückwunsch, du hast die Stelle. Okay. Wir nehmen die nächste rechts. Nichts, doch schnell! Du warst schneller als die Bullen. Ich werde nie etwas von dir verlangen, was ich nicht auch selbst tun würde. Entschuldigen Sie, ich habe etwas, das Sie begeistern wird. Sie haben ein gutes Auge. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie etwas haben. Sie werden mich bald wiedersehen. An alle Einheiten. Das ist ein Überfall. Du musst die Polizei rufen. Werde ich auch, zum richtigen Zeitpunkt. Wir suchen den, der das Auto gefahren hat. Halt drauf! Mr. Bloom, ich glaube, Sie haben Informationen zurückgehalten. Das wäre aber überaus unprofessionell von mir. Das wäre so gut wie Mord. Immer schön draufhalten. Ach du Scheiße! Ich denke, Lou inspiriert uns alle dazu, nach mehr zu streben. Ja. Klar, ich bin wieder morgens. Ha ha!